Bevor ich Onikazas Bedingungen zustimme, muss ich mich selbst um eine Plage kümmern. Nicht so groß wie die Handelsgesellschaft, aber bei einer so gefährlich. Dir ist bekannt, dass es im Todesfall erlaubt ist, fremde Sklaven zu verkaufen? Ein Schatten fällt über Rosas Blick, als sie die Augenbrauen senkt. Die Praxis ist mir bekannt. Warum nur fremde Sklaven? Der Handel mit Juana ist ein Verbrechen, das sich einmal Onikazas ignorieren könnte. Rosara schnaupt mit behebenden Nasenflügeln. Gestanden zu kaufen und zu verkaufen, das ist das Werk von Monstern. Diese Sklavenhändler machen die Gewässer um Oriokoiki unsicher. Wie Feiglinge machen sie einen großen Bogen um den tieferen Dschungel. Trotz Oasis beherzten Lachen erkennst du nicht den Hauf von Humor in ihren Augen. Sie entführen mein Volk aus seinen Fischerboden, um sie wie Schweine auf Auktionenfall zu bieten. Wo ist Onikazas, um sie aufzuhalten? Rosara breitet ihre Arme aus und schaut nach rechts und links. Jemand muss ihnen die Bedeutung der Rache der Wahiki beibringen, sag ich. Man braucht ihr dafür Hilfe vom Fremden. Brauchen, nein, wollen, ja. Rosara kneift die Augen zusammen und ihre Kriegsbemalung verformt sich zu einer raubtierhaften Fratze. Mein Volk setzt schon genug aufs Spiel. Wer sich meine Gunst verdienen will, muss den Stamm an erste Stelle setzen. Muss bereit sein, alles für die Wahiki zu riskieren. Sie zieht ihre Augenbrauen hoch. Das ist nicht mein Kampf, ich möchte darüber nachdenken. Das ist ein schlechter Anfang, aber ich kann dich nicht dazu zwingen zu handeln. Rosara seufzt und schüttelt den Kopf. Unsere geschäftstüchtigen Feinde haben sich in eine kleine Festung an der Spitze der Insel Kumsborn, nordwestig, von Nekataka zusammengerottet. Meine Liebe, Aparo hat seine Schwester an diese Kreaturen verloren. Kira, die meisten von uns werden noch verschwinden, wenn wir kumsportlich das Herz herausschneiden. Tangara, kenne die Krieger. Ich eröffne unseren Gästen die Freiheit der Dunkel. Tangara ruft die Krieger zurück. Ich gewähre unserem Gast freien Zugang zum Dunkel. Auch wenn er uns nicht helfen möchte, verliert eine Ranga niemals die Höffnung. Sieh nicht in deine Richtung und lässt etwas Unausgesprochenes im Raum stehen. Wie du befehlst, Ranga. Tangara gestirkuliert diskret in Richtung des Eingangs und deine Gestalt in den Schatten verzieht sich. Wenn du auf Oriokoiki kommst und gehen willst, wie es dir gefällt, musst du dich als Freund der Wahaki beweisen. Ja, sie beißt ein großes Stück. Grausame Lado, kreise ziemlich große Krummsporn. Sie beißt ein großes Stück von der Kuiki ab und schluckt es der Rote, ohne zu kauen. Ich habe noch andere Fragen. Ja. Kümmere dich um die Sklavenhändler auf Krummsporn. Gut. Ähm... Sag dir der Name Taos bei etwas oder bleiben Schlüsseln. Ich weiß nur, dass sie scheppern und krachen wie alle fremden Namen. Sie runzelt die Stirn und doch entzündet sich etwas in ihrer Seele, wie Holz, das einer Flamme zugefügt wird. Dort ist eine uralte Präsenz mit eigenem Gedächtnis. Ihre Seele lesen. Du greifst in ihre Seele und jagst den Funken der Wiedererkennung hinterher her. In ihr spürst du hunderte Geburten und Tode, die wie Blasen im kochenden Wasser auftauchen und wieder verschwinden. Du lässt sie links liegen und konzentrierst deine überreizten Sinne auf die Erinnerung eines seltsamen fremden Mannes. Als du sie endlich zu fassen bekommst, befindest du dich in diesem Turmraum. Aber der Zustand des Ortes und die Erinnerung des Wirts deuten darauf hin, dass du dich viele Jahrhunderte in der Vergangenheit befindest, wenn nicht sogar noch weiter zurück. Du sitzt auf einem Podium, ein Mann wird zu dir gebracht. Er ist in dicke schwarze Kleidung gehüllt. Er erinnert dich an eine Leiche, die für eine Beerdigung eingekleidet wurde. Er erinnert dich außerdem noch an etwas anderes, aber eine der Dienerinnen beugt sich zu dir und unterbricht deine Gedanken. Sie erzählt dir, dass dies der Mann sei, nachdem du verlangt hattest und dass sein Volk das Seine drangsaliere. Er nennt sich Taos X-Akanon. Erkläre dich, Fremder. Er wirft dir ein Lächeln zu, bei dem du Gänsehaut bekommst. Gott, sieht er da komisch aus. Eure Exzellenz, ich bin gekommen, um euer Volk zu wahren. Eure Präsenz in diesen Ruinen ist ein Erfolg gegen die Götter. Ihr müsst euch von hier entfernen, sonst werden sie euch ihren Zorn spüren lassen. Tatsächlich ist dieser Mann ein noch größerer Dumpfkopf, als man dir berichtet hat. Die Götter lassen sich aber sehr viel Zeit, wir leben seit 200 Jahren hier und haben bisher noch keine Einwände von ihnen vernommen. Er verbeugt sich. Wir Sterblichen können nicht verstehen, wie der Strom der Zeit für die Götter fließt. Aber auch ihr Geduldsfaden reißt irgendwann, besonders nach dieser Warnung. Du kannst definitiv spüren, wie ein Geduldsfaden reißt deiner. Was bildet sich dieser Fremde ein, deinem Volk aus ihren Hallen und ihren Heimen vertreiben zu wollen? Was bildet er sich ein, deinem Volk den Überlebenden von Zorn der Götter zu erzählen? Welcher undankbare Gast wirft seine Gastgeber hinaus? Unsere Vorfahren haben diesen Ort vor Jahrhunderten aufgebaut. Wir werden nicht von hier fortgehen. Für einen Augenblick verschwindet seine salbungsvolle Fassade und der Binnstel dich und deine Dienerin an. Er wirkt, als habe deine Antwort ihn überrascht. Euer Volk klammert sich irgendwann seine Geschichte. Er spricht zwischen zusammengebissenen Zähnen. Er schluckt schwer, als müsste er etwas Unangenehmes herunterwirken. Aber wo befindet sich diese Muster in euren Künsten? Wo ist der geschliffene Adra in euren Holzhütten? Diese Ort wurde nicht von den Juana errichtet, sondern von einem uralten Volk aus einem fernen Land. Du wusstest, dass er ein Dummkopf war, aber jetzt vermutest du, dass er zudem noch gefährlich ist. Seine Worte sind Lügen, aber von der besten Sorte. Sie erhalten einen Funken Wahrheit. Jeder weiß, dass Fremde einst als Gäste im Mitten des Volkes lebten, aber sie wurden seit 200 Jahren nicht mehr gesehen. In deinem Hinterkopf nagt die Frage an dir, woher all das wissen kann und warum er dir davon erzählt. Die Wandbilder hier und die Überlieferung unserer Vorfahren erzählen eine andere Geschichte. Wie könnte ein Fremder wie du unsere Vergangenheit besser kennen als unsere eigenen Vorväter? Er lächelt, ich habe eure Wandbilder gesehen und ich weiß, dass ihr das hier erkennen werdet. Er holt einen Helm mit zwei hornartigen hervorstehenden Teilen und einer angehängten Maske hervor. Er hat recht, du erkennst ihn wieder. Deine Wache und Diener schrecken auf. Das Grinsen dieses Mannes, Taos wird breiter. Mein Volk war es, dass dieser Orte errichtet hat. Jetzt bin ich hier, um euch seine Warnung zu überbringen. So viel zumindest ist wahr. Du wendest dich zu deinen Wachen, er greift ihn. Gerade als ein Ausdruck der Überraschung auf Taos Gesicht erscheint, springen die Erinnerungen der uralten Ranga weiter in die Zukunft. Also jetzt siehst du Taos vor dir. Diesmal sind er und mehreren rumgehörte Männer und Frauen auf einem Raufen aus Taof und Holz gefesselt. Diesmal starte dich ungläubig und wütend an. Du hast dein Volk versammelt und ihnen erzählt, dass die Fremden von ihnen dieselben seien, wie die in die Jahrhunderte zuvor auf die Insel gekommen waren. Und jetzt ist dein Volk ebenfalls wütend und feindlich, da jeder Wahigi die Geschichte kennt, wie die Fremden damals die Kastfreundschaft ihrer Warnung ausgenutzt haben. So fürchterlich war ihr Fäfel, dass die Götter die große Stadt Ulkaise und noch viele weitere vernichteten. Seht, wie ich diesen Schmutz aus unserer Mitte tilge. Das Volk jubelt, Taos sträubt sie und schreit, doch seine Worte gehen im allgemeinen Lärm unter. Wir sollten nie vergessen, dass dieser Fremde ein Scharlatan ist und sein Volk eine Plage. Wunderte von Wahigi stapfen mit den Füßen und griffen ihre Speere auf den Boden. Taos findet sich immer noch im Wind vor Test. Von diesem Tage an müssen wir wachsam sein. Lasst uns Fremde wie ihn von unserem Land tilgen, um unseren Boden von ihrer Verderbtheit freizuhalten. Die Urberufe des Stamms werden lauter, denn je jung und alt, Matar und Ruparo, alle sind in einer Sache vereint. Taos scheint ein Wandel zu überkommen. Er hört auf sich zu widersetzen und die Wut entweicht aus seinem Gesicht. Gut, er soll sein Ende akzeptieren. Einer deiner Diener reicht dir eine Fackel. Sie auf den Scheiterhaufen werfen. Du scheuerst die Fackel auf den Scheiterhaufen, die Flammen breiten sich zügig aus. Die Fremden kreischen, während das Feuer sich auf sie zubewegt. Lutarus ist ganz ruhig. Er sieht dich mit einem merkwürdigen, zufriedenen Lächeln an. Du ziehst dich aus der Erinnerung zurück und die grausamen Zähne um dich herum löst sich in Luft auf. Warum starrst du so? Warum starrst du so? Osare blickt dich an und runzelt die Stirn. Ja. Zurück zu meinen anderen Fragen. Diese englisch-britannische Rune ist ein gemütliches Versteck. Erinnere nicht den Namen derer, die das mächtige Ukaizo niedergerungen haben. Ihre Geister sind hier nicht willkommen. Osare kneift ihre Augen zusammen und mustert dich genau. Wir verstecken uns nicht. Wir beschützen eine Lebensweise, die andere unter sich zertrampeln würden. Die Handelsgesellschaften würden das Land plündern, das die Götter uns geschenkt haben. Und diese Errungenschaften unseren Vorfahren zunichte machen. Es ist viel zu beschützen in dem Tod. Im Todesfeuer gibt es viel zu beschützen. Zu viel für einen einzelnen Stamm. Sie säuft und kreist mit den Schultern, um etwas Anspannung abzubauen. Ich höre, die Sklavenhändler haben euch übel zugesetzt. Ich habe auch eine Rechnung mit ihnen zu begleichen. Der Feind meines Feindes bleibt ein Fremder, mein ein fassreicher Fremder. Sie schnallt mit ihrer Zunge gegen ihren Gaumen und überlegt. Ja, ja, die Paxi ist mir gekannt. Ja, okay. Ich habe noch andere Fragen, gut. Was hat da die Gesichtsbemalung zu bedeuten? Die Wahaki zeigen dem Fremden, dass wir ihre trügerische Maske kennen. Sie spuckt auf den Boden. Meine Vorfahren kannte dieses Gesicht gut. Sie hat jede noch so hassenswerte Kontur davon in den Geschichten der Wahaki festgehalten. Wir tragen die knochenweiße Fratze unserer Feind und Zehren daraus gemacht. Ich habe vor dir nicht weit von hier ein verwüstetes Händlerschiff gesehen. Akira, die Fremden wissen, dass sie sich dem Land der Wahaki besser nicht nähern sollten. Ihre Finger formen sich zu einer Faust. Wir unterlassen so das Symbol der Kriegskeule, so wie wir es seit Generationen tun. Eine Warnung, sage ich. Eine Erinnerung. Diese Kriegskeule sieht wie eine viel ältere Version der Insignien des brennenden Schlüssels aus. Adolf beugt sich zu dir und flüstert ihr zu. Eine, die nicht gehört wird. Ein begeistertes Lächeln formt sich langsam und vergeht dann wieder. Dann lebt wohl. Gut, gehen wir mal kurz unser Questlog durch, was sich geändert hat. Furchtbarie Allianz. Kümmer dich um die Sklavenhändler auf Kumsporn. Rosara hat mich darum gebeten, die Sklavenhändler auf Kumsporn einer Insel nordwestlich von Nekataka zu beseitigen. Dies war ihre Bedingung dafür, das Vertrauen der Wahaki zu erhalten. Gut, das machen wir. Kumsporn-Lehrräumen. Königliche Todesverweuergesellschaft. Ja, die Wahaki haben mich jedenfalls darum gebeten, die Sklavenhändler durchzuwerden. Gut. Und dann haben wir noch... Grausame Ladung. Genau. Osara Häuptling der Wahaki will sich an den Sklavenhändler von Kumsporn reichen. Viele ihrer Stammesgenossen wurden in Gefangenschaft genommen. Sie will, dass die gesamte Führungsriege in Kumsporn den Tod erleidet. Das Zentrum des Betriebs der Sklavenhändler ist eine kleine Festung auf der Insel Kumsporn in der Nähe der Inselspitze. Es ist überall bekannt, dass die Festung der Sklavenhändler extrem gut gesichert ist. Dafür habe ich ja meine Freunde bei den Prinzipien, nämlich das hier. Eldis verfügt eine Kontaktperson auf Kumsporn. Gut. Das heißt... Ja, habe ich. Aber das müssen wir leider aufs nächste Mal verschieben, weil ich nehme schon viel zu lange auf. Wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Das ist jetzt LP 051. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.